Wir legen in die diffizile Kunst des Mordens zu Füßen. Sie spielen den gefährlichsten Mann der Welt. Man kennt nur seinen Decknamen. Agent 47. Er wurde geschaffen, um zu töten. Und das tut er wie kein Zweiter. Manchmal tötet er sanft und schmerzlos. Manchmal aber auch grausam. Und brutal. 47 beherrscht beides. Es liegt ganz bei ihnen. Sind sie ein lautloser Killer oder töten sie lieber auf ihre eigene Art? Beides bedarf einzigartiger Fähigkeiten. Sie sind ihr Handwerkszeug. Also setzen sie sie kreativ ein. Reagieren sie auf ihr Umfeld. Folgen sie ihrem Instinkt. Experimentieren sie. Ändern sie die Taktik. Improvisation ist ihre tödlichste Waffe. Sie lässt sie niemals im Stich. Im nächsten Video geht es um ihr Handwerkszeug. Faktik. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017